Hallo, grüß euch bei Willibalds Wunderbare Weisheiten. Annika, Isabel, Samuel und Jarunas hatten noch eine zweite Frage. Die fragen, wie oft putzt du dir so die Zähne täglich? Wie oft täglich? Also, kommt mal ganz nah an ihr vier, ja? Könnt ihr hier irgendwo Zähne sehen? Wo nichts ist, kann man auch nichts putzen. Ja, früher, als ich noch Zähne hatte, da habe ich sie mir natürlich auch täglich zweimal ganz gründlich geputzt. Ist doch klar, ist doch sicher. Da kam aber dann die Vogelkrippe und alle meine gut gepflegten Hackerchen. sind ausgefallen. Wie dumm. Also, bleibt gesund, putzt euch die Zähne, wascht die Hände. Alles Gute. Wir sehen uns wieder bei Wiemals Wunderbare Welt. Danke. Danke. Danke.